Sie sind hier, 4. Juli 2018, 10.04 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern die Kanadier, 2 Ölze und Kritschmer sind Sportler des Monats, Urheberrecht, Imago, große Ehre für Jul Ölze und Peter Kritschmer, die Rennsportkanuten werden von den deutschen Athleten zu den Sportlern des Monats gewählt. Die Rennsportkanuten Jul Ölze und Peter Kritschmer sind von den Spitzenathleten in Deutschland zu den Sportlern des Monats Juni gewählt worden. Ölze und Kritschmer hatten ihren EM-Titel im Kanadier-Zweier bei den Europameisterschaften in Belgrad erfolgreich verteidigt. Bei der Wahl stimmten 35,3% für das Erfolgsduo aus Magdeburg und Leipzig, knapp dahinter landete Slalom-Kanuten Riccarda Funk, 33,1, die in Belgrad ihr zweites EM-Gold nach 2014 im Kajak einer feierte. Säbel As-Max Hartung, der Einzel-Europameister wurde, belegte in der Abstimmung Rang 3 31,6 gewählt. Wird der Sportler des Monats regelmäßig von den rund 4.000 geförderten Athletinnen und Athleten der Deutschen Sporthilfe unterstützt von der Athletenkommission im Deutschen Olympischen Sportbund, DOSB und dem TV-Sender Sporterste.